Achso, ich war bei den Äpfeln. Oh, ich find diese Monatsmusik viel besser. Viel besser. Vielleicht spiele ich auch zu einer Tageszeit, wo ich früher noch nie zugespielt habe, aber das glaube ich nicht. Wir haben halb vier nachmittags, also von daher glaube ich das eher weniger. Cherries! Cherries, wir haben noch Cherries! Stimmt, ich hab ja was von Leas Insel gemobst oder mitnehmen dürfen. Stimmt! Und Orangen auch! Ich vergaß! Also vergaß im Sinne von, ne, vergessen. Nicht falsch verstehen. Hm. 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 Was willst du denn? Bist du eine Heuschrecke? Ich hab' was schon, ne? Ciao Das Heusch ist getrunken Da kann er nicht schwimmen Hm 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 So haben wir jetzt hier erstmal alles Hm 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 Hä was macht er? Speichert, ja? Wer ist er denn? Ist das Gulliver? Nee, der hat diesmal nichts Blaues an. Auch wenn ich Menschen verabscheue. Ah, ist Gulliver. Der Sturm ist heftig, das war's, Männer. Gleich holt uns der Klappauter Vogel. Ja, ciao. Nee, von dem will ich heute nichts. Düt, düt. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. Nee, ich will nicht mit dem reden. Der nutzt mich aus. So, ein tausend Euro, äh, tausend Euro, fängt ja schon wieder an. Tausend Sterni, sagt tausend... Ich hasse das, wenn das passiert. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich hasse das. Oh. Ey. Warum hört hier am Strand die Musik auf? Oh, bekannter und unbekannter. Ich habe ein altes Magazin... ...Magazin... ...mit Tipps, wie man Popstar wird, durchgesehen und diese Anleitung entdeckt. Die musste ich einfach irgendwem schicken. Zur Not per Flasche. Los, pack dein Bastelkram aus. Deine ideenreiche Rosi. Oh, Klotzhocker. Kenn ich schon. Danke. Müll im Inventar. Kann ich gleich verkaufen. Oder braucht die jemand? Braucht die jemand? Oder ist die, die, die standardmäßig im Sortiment, ne? Wenn man anfängt mit dem Spiel. Meine Nase kitzelt. So, und die Birnen? Bin ich eigentlich gleich schon wieder... Ja, relativ. Ja, danke, Spiel. Danke, danke. Jo, jo, jo. Alter, wie viele Birnen hier sind. Dam, dam. Dam, 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 dam. Welche Insel darf ich mir denn heute anschauen? Dam, dam. Dam, 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 dam. Oho, eine Nasenschrecke. Hab dich. Jetzt kann ich dir eine lange Nase drehen. Ich dachte jetzt, komm, wenigstens jetzt tanzt du mir nicht mehr auf der Nase herum. Was hat er für ein Problem? Da, 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 da. Oh, da ist ein Vogel. Das heißt, neue Nachricht. Stimmt. Hallo. Äh, was ist denn da für neu? Die Mai-Feier-Reihe steht bevor. 28. April. Da hab ich zuletzt gespielt. Morgen beginnt die Mai-Feier. Dann ist es vorbei. 3. Mai. Hallihallo. Alle einmal hergehört. Am 11. Mai hat Bella Geburtstag. Ja, schade. Ich war leider nicht eingeladen. Es mag noch etwas früh dafür sein, doch wünschen wir dem Geburtstagskind schon mal alles Gute. Das bringt Pech. Umbauarbeiten. Dank eurer Unterstützung können wir endlich den Umbau des Ladens angehen. Daher wird er am 27. Mai geschlossen. Wir bitten um etwas Geduld. Ja, das ist heute. Und wir waren auch noch nicht im Rathaus. Da müssen wir gleich auch noch rein. Geschenk. Wait. Wait a minute. There is a... Warte. Warte. There is a Geschenk. Moment. Ja, Fossil. Schön und gut. Blablub. Weg. Sprungstab. Heidi Jaller. Geschenk. Ich will mein Geschenk. Wo ist es? Da. Dann, 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 dann. Na komm. Aha. Meins. Oh, Inventar voll. Kunststoffbrille. Steht mir. Finde ich gut. Hallo. Hallo. Na, alles für den Schritt. Die Brille ist ein Traum. Nur fliegt sie leider im Gesicht. Ja gut, das hat die Sonnenbrille auch. Dum, 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 dum. Ja, wir gucken mal, welche Insel wir uns heute anschauen. wenn ich dazu komme. Weiß ich gar nicht. Ah, Brille rutscht. So, Brünnen, das ist dämlich. Äpfel. Orangen. Kirschen. Kirschen könnten wir eigentlich gut verkaufen. Da muss ich erst gucken. Oh. Ja, ich weiß, ihr schreibt ZAPs. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was? Ähm. Oh, oh. Ähm. Das ist jetzt problematisch. Mein Lager ist voll. Ey, nee. Ähm. Was ist das denn? Vier sich hier. Das sieht aus wie so ein knackiger Poppes. Ähm. Ich nehme mal an. Was war denn bei mir hier auf der Insel? Die Hauptfrucht. Birnen, oder? Nee, Äpfel. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, irgendwas muss ich jetzt verkaufen. Ich muss jetzt Birnen verkaufen. Hilft nichts. Also, dass das Lager voll ist, geht gar nicht. Ich weiß, das erhöht sich, ähm. Also, das Lager vergrößert sich. Oha. Punkt genau. Wenn man das Haus erweitert. Das muss ich auch noch machen. Steht der Kredit noch offen? Weiß ich gar nicht. Äh, warte mal. Das packen wir mal gerade. An die Wand. Und dann gehen wir in den Gestaltungsmodus. Können hier die Kamera drehen. Und, und, und wie kann ich dann? Aha. Pack ich mal da hin. Hallo? Hallo? Wie kann ich mich denn? Hallo? Sehr gut. Ähm, der Blick von ihm. Äh, die müssen wir stiften. Das können wir verkaufen. Alles klar. Los geht's. Äh, die Äpfel. Können auch ins Lager. Ey, das Lager ist voll. Ist das normal? Ich meine, ich hab echt viel im Lager. Vor allem Birnen und Äpfel und Holz. Hä, schon wieder? Was ist denn? Rauf! Sag ich nix zu. Ich weiß doch, wie es gemeint ist. näpfel und hat das. Oh. Was ist denn? See? Die bleibt da jetzt stehen. Forever. Echt? Ja, aber gut, du hast wahrscheinlich auch an sich ein viel größeres Lager, weil dein Haus viel größer ist. Nehme ich mal an. Oh nein, ich habe den Stein vorhin nicht markiert. Sag mal, was ist mit Julian los? Was ist falsch mit dir, Junge? Hui Lukas, wir haben uns ja schon länger nicht gesehen. Na, ich sehe noch genau, was? Ich sehe noch genau aus wie damals, nicht wahr? Das weiß ich, weil ich jeden Tag vor dem Spiegel nachgucke, ob ich mich verändert habe. Hab das maximale Lager. Ja, ich nicht. Ich habe gerade mal zwei Räume, die nicht mal ausmaximiert sind. Also der zweite, ich weiß es, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich sehe noch nicht. Da, 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 da. Bambam 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 Noja Jum jam Mensch, mein Kabel kitzelt mich am Bein. Und Brille sitzt nicht. Heute wieder ganz schlimm. Wer ist denn die Ziege da oben? Ist doch eine Ziege, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Sie hat Hörner. Achso, ja, hier, stimmt. Wow. Danke. Danke, Spiel. Dass die Schaufel davon kaputt gehen kann. Es kam doch nicht mal was aus dem... Es kam ja noch nicht mal was aus dem Stein. Ja, Sabrina, wer hätte es gedacht, ne? Dieses Jahr schon wieder ein Jahr älter. Das hört auch nicht auf. Bis man irgendwann... Irgendwann den Löffel abgibt. Da, 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 dam. 20? 20 ist voll geil. 20 ist ein schönes Alter. Nein? Ach, doch. Doch, ich freu mich drauf. Äh, irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja was anderes. Kindisch bleiben. Also, was heißt kindisch bleiben? So, so Kind bleiben und, und, und. Mein Gott, das, das kann dir keiner... Was heißt, das kann dir keiner nehmen? Das, ähm... Ja, doch, das kann dir keiner nehmen. Sprich, äh... Sprich, äh... Ja. Dip, dim. Dip, 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 dip. Dim. Ih! Ih! Der Hai nimmt das Einhorn gerade Doggy. Nur auf meinem Channel. Exclusive Inhalte. Ich hör's doch. Wo? Lol. Ich hab's nicht mal gesehen. Easy. Ja. Meins. Ich will mein Inventar vergrößern. Das geht so nicht. So. Ich hab da jetzt hingeschissen. Lebt damit. Ach so. Tatsami-Bett. Tatsami-Bett? Ja. Hat was von dem Campingplatz. Dip, 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 dim. Dim. Dim, dim. Dim. Ja, komm schon. Dim, dim. Dim, dim. Dim, dim. Weg da! Ich bin Arzt. So, was haben wir denn heute? Stimmt. Der Top-Ankauf des Tages. Nur im Laden. Bitte was? Gefängnisgitter. Was soll mir das sagen? Soll mir das irgendwas sagen? Soll mir das irgendwas sagen? Soll mir das vielleicht eine Beziehungelasin? Soll ich natürlich auch vorstellen? Soll mir das, wie wir beim Beziehung philosophisch sagen? Freunde?